Also, wo ist dein Tagebuch? Er hat einen Lagerraum. Meint, wir hätten zu viel Kram. Das hier sollte eigentlich mein Stapel sein. Ich hab nicht die geringste Ahnung, wieso ich diesen Scheiß behalten habe. Naja, manchmal ist es schwer, Dinge wegzuwerfen. Ja. Ich brauche deine Hilfe. Wofür? Um einzubrechen. Das ist ja riesig hier. Mach das Licht an. Beeil dich. Ich bin Detective Burns. Wieso erzählen Sie mir nicht, was hier los ist? Ich bin tot. Wer ist tot? Wahrscheinlich hat sie einen Schock. Wer hat sie angegriffen? Das war kein Mensch. Was meinen Sie damit, kein Mensch? Ist das verschlossen? Wieso ist das verschlossen? Hey! Polizei, nehmen Sie Ihre Waffe runter! Wissen Sie, hier unten geht etwas Eigenartiges vor sich. Was ist das? Das ist nicht, was Sie denken. Dafür haben Sie unser Leben riskiert? Ah! Huh, huh, huh! No! No! No!